Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Marsha, süß. Woher haben Sie die? Von meinem Mann. Wow. Stärkt sie aber in die Farbe. Ich bin übrigens Anne Bärbel. In Einbart? Leider. Darf man denn nun streicheln? Nee. Frau Kleinert fragt, ob sie die Krankschreibung verlängert. Wir unterstützen kein Krankfeiern. Ich verlasse dich. Ich habe noch was vor in meinem Leben. Rolfi! Irene ist da. Ich habe dich gewahrt. Irgendwann sind die Männer in diesem Alter. Und darauf lauern die jungen Dicker. Die ist drei Jahre älter als ich. Zum Enkelkind bekieken. Die erste Tür vorn. Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft. Wie alt ist denn die kleine Maus? 58. Früher warst du zu dick. Heute bist du zu dünn. Aber ungeschickt bist du heute wie damals. Die Dame da hinten, bitte mal vom Eis. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich finde, sie lernen ziemlich schnell. Also für eine Erwachsene. Wie ein nasser Sack! Kopf in Nacken. Soll das Eis nicht voll? Nein, Kopf nach vorn. Das ist meine Sportlerin. Jetzt ist sie meine Patientin. Hast du auch eine Tochter? Nee, aber eine Mutter. Was ist denn da? Jedenfalls wirst du damit keinen Wettkampf laufen. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie sind nicht meine Mutter. Dies ist nicht der Ort, melodramatisch zu werden. Irene, ich wusste ja gar nicht, dass Sie eine Tochter haben. Ich hab's euch gesagt. Die Dame hat schneit. Mutti! Nicht jeder hier ist zu alt, um eine zu haben. Nachdenkliche ist das Rzeburs. Was ist das Rzeburs? Untertitelung des ZDF, 2020